Florian könnte jeden Morgen zu mir kommen und mir Haare und Make-up machen. Bitte nur nicht um diese Uhrzeit. Also 7.45 Uhr, Falltime, ist schon hart. Wir shooten nämlich heute für La Roche-Posay. Das ist das erste Mal, dass hier so ein großes Shooting aufgefahren wird. Ich bin gespannt, ich glaube alle anderen auch. Komm mit und action. It's a wrap, zumindest für mein... Oh Gott. Das war ein absolut... Oh nein. Das war wirklich nicht extra. Das war wirklich nicht extra. Ich wollte sagen, it's a wrap, zumindest für meinen Part, den ich alleine habe. Die Anna und ich haben gleich nochmal was. Und jetzt gibt's Pinked. Also Carola, wir sind jetzt hier zu dem Schluss gekommen, dass du alleine bist mit deinen Jensen da. Das hat auch jemand beschrieben. Ne, das führen wir nicht ein. Hör bitte auf damit. Das ist wirklich eine gute Preise. Gute Besserung. Das war was anderes, oder? So, Shooting ist schon done. Früher fertig als geplant. Sehr, sehr schön, denn ich habe mich jetzt dazu entschlossen, zu meiner Schwester zu fahren und zu dem Kleinen, denn das Wetter ist immer noch so wunderschön. Was kann ich jetzt noch ausnutzen? Bum! Und bei... Und bei... Bum, 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 bum. Ich weiß nicht. Untertitelung des ZDF, 2020